Steffen Baumann, hier bei der Vierertisch-Turnierveranstaltung in Kräuterfürth, Samstag, 14. Juli 2018. Den ersten Satz hat er einigermaßen souverän gewonnen. Der Gegner heißt De Vries. Falls die Aufschrift auf dem Trikot stimmt, ich kenne mich in der Szene hier nicht wirklich so richtig aus, das sind einige Spiele, die ich noch nie spielen sehen habe, auch nicht normales Zischtennis. Ganz passables Niveau, was die beiden spielen. Ganz für die Spitze könnte es eventuell nicht reichen, muss man sehen. Bist du schon fertig? Ja, das sieht man sich morgen, ne? Ja. Hoffentlich kriegst du dann einen Ball auf den kleinen Tisch. Ich bin gespannt, wie das Ball im Spiel ist. Das war's, ne? Vielleicht kann man immer das Spiel machen, darf ich im letzten Fall merken, wie es geht. Und dann brauche ich morgen wieder fünf Minuten, dass es wieder geht. Umzustellen. Hallo. Ich hab doch, aber Mario, ich muss mir alle mitgehen. Das ist gerade durchflucht, wurde. Aber sonst, das klingt gut. Das ist gerade durchflucht. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.